Hallo, die Coop-Zeitungsredaktion hat mich ins Unterengardien eingeschickt für drei Tage. Ich habe gehört, in diesem Hotel soll es ein gutes Wellnessangebot geben. Auf das bin ich gespannt und ich kann ihn jetzt mal einchecken. Grüezi! Danke du mein! Liebe Noemi, willkommen in Squall. Deine Mission besteht nicht nur aus Wellness und gutem Essen. Das musst du dir zuerst verdienen. Du wirst nachher abgeholt und erfährst dann worum es geht. Viel Spass! Hallo Noemi, freut mich. Ich bin Nicole, ich bin Skilehrerin. Du wirst drei Tage mit mir Skifahren und ich bring dir Skifahren bei. Ist gut? Ja. Jetzt fehlen nur noch Skis. Gehen wir uns gleich einfallen. Okay. So, ich bin ausgerüstet. Los geht's! So, ich bin ausgerüstet. Los geht's! So, ich bin ausgerüstet. Los geht's! So, Noemi, jetzt sind wir hier. Wie findest du das? Schön? Merkst du, es war eine kleine Stürmung? Nein. Ich muss gerade schnell mein Wetterbericht checken. Oha! Allegra wegen Sturms sind die Zeselbahnen pro Eingeläuners und Alunz geschlossen. Das ist nicht gerade super, oder? Zum Glück sind wir hier noch einmal im Kinderland. Gut, das wird man ein wenig warm bekommen. Dann werden wir uns schnell einwärmen. Musik So, hast du jetzt dran, Noemi? Ja. Dann nehmen wir den Ski und gehen los. Okay. Abputzen. Nicht zu fest. Einfach so ein wenig lieb. Gut. Dann laufen wir nach vorne. Musik Jetzt machen wir noch einen Check. Den wir gleich einmal pumpen und dann hast du eine gute Position. Eins, zwei, drei. Jawohl. Yeah. Oh, super. Noch locker drüber. Jawohl. Und jetzt probieren wir noch einmal die Fahrradbrämpfe und Fahrradbrämpfe. Super. Kannst du noch ein wenig mehr in den Knie? Ja, super. Cool. Es ist super, es macht Spass. Es ist ein bisschen schade, das Wetter mit so nicht spürt. Es schneit im Moment. Es windet. Aber wenn zum Treinkommen ist es auf jeden Fall gut. Es ist wirklich gut, ha? Hochwinterlich. Es war ein sehr guter Tag. Ich bin überrascht, wie gut es gelaufen ist. Wie viele ich noch weiss vom Skifahren weiss. Es war aber auch anstrengend. Und darum gehe ich jetzt das Wellness austesten. Allein.